zwei Blöcke da oben oder was würde ich nicht mehr drücken wo ich hätte auch eine Goldader das ist schon ein bisschen mehr und es sind so nicht sonderlich viel Erkunftsinnert ich kann es nicht aufnehmen weil ich meinen Inventar voll ist Schlechtung Let's take a hole Ok das ist doch nicht sonderlich wenig Gold Tom du stinkst hey du auch ich bin hier ständig im Wasser ich auch sind so dunklen im dunklen Leuchten im Wasser das stink ich nicht ich krieg Mutationen und die sind vorteilhaft drei Arme und so bringt einem schon ne Menge ja dann muss auch zwei Arme waschen das Argument Geld gibt mich geschlagen ich habe sage ganz schreibe 28 Gold bekommen Glückwunsch du hast drauf oder so das blöde unter Wasser rumgemine oh 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 ist bestimmt noch irgendwas Eisen naja brauchen wir nicht müssen gucken wo hier noch weiter geht ich bin k okay was ist das nirgendwo schönes ich muss gleich mal wieder im General Überholung machen von meinem Inventar ja wird mal langsam Zeit will ich ja jetzt machen aber ich hab ja kein Spiel damit ich wieder zurück kann was soll gut da ist doch zwei Beine die die ich habe gehört wenn man die zwei Beine benutzt dann kann man laufen und es wird das muss ich jetzt nicht weil ich auch nicht das ist bestimmt hier so so ein spezielles Item was so bekommt wenn man ins Spiel geht genannt Beine ja ja mobbt mich nur ruhig natürlich was denn sonst boah da weigern sich Truhen irgendwann mal aufzutauchen da hat er was mitgebracht das man in den Maus gehen oder ein Morderschleim das war denn dann schon gehen also auch so beschleunige Gold gefunden ja auch gekommen ich kann es nicht mehr als ein oder was zum linken ja wo es stimmt da er ist ja nicht Prozent allerdings können wir schon mal nicht mehr hin weil der Boston nicht besiegt wurde ja rechts können wir einmal so können wir links nicht mehr hin können muss nicht irgendwie dann noch mal beschweren soweit ich weiß geht das nicht mehr wir können es probieren aber das bringt einfach nichts das einfach nur so scheiße viel lacht dass du ständig irgendwelche scheiß Herzen findest ja aber lass doch mal jetzt nach links gehen rechts meine ich ich hab ne links rechts schwäche mach dich nicht drüber los dich rechts vor links rechts vor links so nee aber ohne witz lassen wir jetzt hochgehen leute das machen das ist gerade übrigens nachts mitwitz mitwitz gehen wir uns 32 goldes Sterne sammeln du kannst ja alleine hier danschen gehen ich kenne es bestimmt ist doch so obertoll du hast ein Antirektur bis es hat du macht es nicht drüber los zu spielen doch vor und ich hab ganz gerne achten die reihe und ich bin hier unten mal eben alles es kann voll werden Prozent Falscher tut weh Bist du sicher, dass du hier runter willst? Mal aufpassen Hack das mal weg, dass du hier den Mutterschleim wegmachen kannst und da unten ist aus dem Herz Da viel Spaß Wo ist ein Herz? Da unten Oh, Mensch Oh, oh, ich sterbe Ich glaube, ich porrte mich jetzt eiskalt weg Liegt aber eigentlich eine relativ große Menge von den Dieren Okay, ich porrte mich weg Ach du Scheiße, nee, wir müssen uns noch schnell weg Noch einen Stern, einen Scheiß-Stern Und dann Pilze wachsen aber relativ langsam Bam, da hab ich's Zehn Sterne Ja Ich hab grad fünf gefunden, da liegen überall welche rum Gut, Tom, gut Ich hab's drauf, man Ich bin so Pro Ja, wir sind schon wieder im Herzfonteener gefunden, oder? Nein, ich hab jetzt Zehn Sterne, ich hab jetzt Mana Noi Der bringt ja auch so übelst viel Jetzt kann er Spells casten Ja, könnte er theoretisch Aber er kann er nicht, weil er kein Item dafür hat Verdammt, es sind nur neun Ach Fuh 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 man, hat irgendjemand von euch noch einen Scheiß-Stern? Nicht für dich Ach, es wird Tark, Mist Für dich nicht Mist Boy Fuh Kommt trotzdem mal hoch, lass uns den neuen Dungeon da erkunden Jetzt So Oh, ich hab 17 Bomben Was geht's los hier? Oh Komm mal hoch jetzt, dann schon Genau, lässt du den Herzcontainer mir Ja, wo, kannst du den auch haben Da oben ist der Dani Da unten ist der To- Oh, shit What? Ups Ich hab eine Bombe geworfen Geht's halt, du bist toll, du hast es drauf Ja, ich weiß Ich bin schon wieder fast gestorben Oh, was will diese Trujade hier Shop, kaufe mir mal ein bisschen was Grassseeds can be placed, consume agent Sunflower Dirtbrot Useful Kann so ganzes Jahr das auf der Stelle benutzen Bring, 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 bring Oh my god Yeah, ist glützert So schön Celebrations Come on So, kommt, Leute Du bist mal mehr Fenster einbauen, fällt mir gerade auf Haben wir noch genug Gold für den Minenheim? Ich hab noch welches Ich hab, äh Geh mich 32 Ne, Gold und nicht Gold Ja, Gold und was ist so eine Schicht zwischen Gold und Gold? Gold und Gold Gold und Gold Nein, egal Sag mal, Clemias, doch so sich die Pegasus-Stiefel bis heute übel schnell gerannt Öh Ein Pilz Clemi-Hacked Clemi-Hacked Leih Hey Kau Huh Aha 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 So, jetzt lassen wir den Dungeon gehen hier an der Seite Mach das Komm doch mit jetzt Da wirst du keinen Dungeon finden Soweit ich weiß, gibt's nur zwei Dungeons pro Map oder allen Ja, geh mal nach rechts jetzt Mit Okay, gut, ich geh mal hin Du, noch nicht, wir müssen zusammen da hin Naja, wenn ich einen Fände, sag ich's einfach Ähm, Piggy Bank wollte ich jetzt eigentlich nicht kaufen Ich hab mir mal ganz viele von den Heiltränken geholt Guck mal noch mehr von den Heiltränken Okay, da gibt so ein tiefes Meer Also wir haben kein Gold mehr Ja, gleich haben wir wieder Gold Ich hab nur das, ich hab nur Heiltränke gekauft So, ich hab jetzt zwei Stacks Heiltränke, das muss reichen Dani, ich geb dir mal, ich mach mal das Gold wieder rein In die Küste, da ist es wieder Kommst du jetzt mit? Ah, ja Sonnenblumen, yeah Warte mal bei den Sonnenblumen, das ist kurz vor dem Gebiet des Dungeons Okay, der Himmel färbt sich gelb Ja, da sollst du dann noch nicht weitergehen Ja, das ist eine Corruption Okay, gut, dann wir warten hier Das ist eine Corruption, ja Aber da kommen wir noch nicht rein, da sind so bestimmte Orbs Oh, 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 oh Und wir müssen die, ähm Drei Orbs zerstören, damit ein Meteorites runterfällt Dann müssen wir suchen, wo der runtergefallen ist, dann können wir so noch Ich habe ein Eat of Souls rausgeholt Nein, 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 nein Stirb, stirb, stirb Ich bring dir einen Stack Heiltränke mit Clayme, den musst du dann auch benutzen Aber wie viele Pilze hast denn du? Äh, ich habe keine mehr, weil ich mich die ganze Zeit hin und her geportet habe Und, ja Klingt logisch, du hast keine mehr, weil du dich die ganze Zeit hin und her geportet hast Ja, weil ich den vor den Spielportet habe Ja, bei den Wurmloch-Nebeneffekten gehört Itemverlust dazu Unter anderem auch Pilz Warte mal, Clayme, da Warte, da musst du dir irgendwas wegmachen Was, was für ein Nebeneffekt? Itemverlust, jetzt, jetzt, komm, ähm So, Itemverlust Nicht, nicht mitkommen, Clayme, zurück Okay, mach diesen Scheiß-Soul-Dinger weg Ja, die kommen mit Bummelang umhauen Und diesen Scheiß-Slime auch Mach ihn weg, mach ihn kaputt Geburt Yeah, gib mir Kupfer Kupfer ist sehr viel wert Ja Die Tops, Sorge, nur machen sie weniger Schaden und sie Dürmer Dürmer Geben mehr Geld Let's go In dieses Stachelding würde ich nicht unbedingt rein springen, ne? Na, kein Schaden, komm Und da will ich ja nicht unbedingt rein springen, da kommen wir sonst obwohl doch, wir haben Huck Ähm, das Klima noch da Ja, ich bin noch da Ich glaube, Dany hat ein kurzes Verbindungsproblem ins Skype. Ups. Soll ich mit runterkommen? Ja, komm mal runter. Problem mit dem Anruf? Ja, welcome back, Dany. Wie seh ich? Ja, weil du aus dem Anruf kurz raus warst. Äh, wir brauchen ein TNT, ne? Kannst du eben ein TNT holen? Ja, mach ich. Ich bin gerade so krepiert, weil ich so dumm bin und gegen eine Wand gesprungen bin. Oder du fliegen kannst du eben mein Gold nehmen und mit dem Spiegel zurück TNT holen? Ich hab drei Gold. Hier unten brauchen wir TNT. Sag mal, wer hat denn das Gold jetzt rausgenommen? Äh, ich. Du hast alles Gold... Wie viel Heiltränk hast du dir gemacht? Heiltränk? Ich hab mir den Minenhelm geholt. So, du bekommst das Stein nicht weg. Der Stein geht nicht weg, dafür brauchen wir jetzt TNT. Kannst du eben weg, ja, mit dem Spiegel. Ja. Ja, dann nimm mal das Gold und kauf mal ein bisschen TNT. Ja, dann muss ich eben den Scheiß wegwerfen. Genau diese Orbs müssen wir jetzt hier zerstören. Und dann kommt, äh, nach drei Orbs kommt ein Meteorit runter. Da können wir das abbauen und damit können wir noch bessere Sachen schmieden, Waffen. Ähm, hast du mir das Gold schon gegeben oder bin ich so blöd, um es zu sehen? Scheiß, können wir mal wegschmeißen. Ach ja, außerdem, wenn wir alle drei zerstört haben, kommt so ein ganz böser Wurm. Okay. E-Toff war auch so, oder? Das war, wenn wir eine Video gesehen haben. Das war, wenn wir das Gold gegeben oder, ja, weiß nicht, ich habe drei Gold. Ja, ja, habe ich ergegeben. Okay, Gott. So, und wo kann ich jetzt TNT kaufen? Wo wisst ihr, die Wurmraiier sind? es ist dort ist er achte nur mit schaust heute geht es geht bei der Arbeit nein da war es einfach nur so viel wie du kannst die sollen wir uns ganz langsam unterfallen lassen das ist ein großer Wurm was er aber nicht so groß ist es und was ist ja das ist okay ich habe 6 TNT ist gekauft auch das noch bleibt Martin wird zurück das Ding da unten das müssen wir zerstören Jo ich hab 6 TNT ist mit nem Hammer okay ich hab auch ein ich hab auch ein oh war der TNT mich gleich hoch vielleicht sollten wir weg wenn der hier gleich das TNT reinschmeißt sowieso nicht reinschmeißen das könnte an der Ecke hängen bleiben komm komplett runter